wir müssen den zuschauern noch erklären die verletzung vier monate nicht gespielt knieoperation aber wann ist denn wieder mit einem einsatz zu rechnen im rückspiel ich glaube jetzt haben wir rechts kosetschki sechs torchancen liebe zuschauer ddsv werder abseits oder nicht direkt abgeschossen das zählt olivarek verdurzt 33 minuten 1 zu 0 für galatasaray istambul noch einmal nicht gestört beim schuss freie bahn und olivarek überrascht roman kosetschki ich habe vorhin gesagt der torjäger in der liga und mustafa denisi noch ganz angestrengt im blick und sein